Hallo und herzlich willkommen zum New Monday. Ich spiele hier ein Spiel, das heißt Insality Clicker. Ich habe es noch nicht gespielt, ich weiß nicht was ich da machen muss. Okay. Einfach Lid und Klick drauf. Ich hoffe ich brauche da nicht meine linke Hand. Denn die ist... denn meine linke Hand, die ist... verbunden. Weil ich am Freitag einen Unfall hatte. Das Spiel ist ein bisschen laut. Dann kann man die Lautstärke hier nicht einstellen. Ohne Sound ist auch scheiße. Okay machen wir erstmal ohne Sound. So, ich werde erstmal das Spiel jetzt hier ausprobieren. Insality Click. Bislang ist das ziemlich langweilig. Da kommen nur paar Monster, die ich einfach nur anklicken muss. Mit der linke Maustaste. Die verlieren Zähne und die Zähne brauche ich wahrscheinlich um Sachen zu kaufen. Wenn das jetzt alles bei dem Spiel ist, dann ist das Spiel ja ganz schön langweilig. Okay, die Monster sehen manchmal ganz schön witzig aus. Aber... Ich hoffe da passiert gleich noch was anderes. Jetzt nehmen wir den auch noch. Klicken wir mal hier ganz schnell durch. Zack, zack, zack. Sobald ihr fertig sein... Was ist denn das hier? Oh, Vollbild! Warte mal, seht ihr den Unterschied? Jo, man sieht den. Okay. Also da ist Vollbild. Gut zu wissen. Was ist denn das da oben? Nein. Also ich mache jetzt schon 2 Schaden pro Klick. Die Zombies oder die Viecher haben alle 10 Leben. 100 Kills habe ich schon. Ich glaube danach brauche ich eine neue Maust nach dem Spiel. Wenn ich das jetzt ein Monat lang zeigen werde. Sieht von mir immer besser aus. Dann bin ich mal gespannt wie weit ich, wie viel Kills ich schaffe. Obwohl die Kills sehe ich irgendwie gar nicht. Oh, ich sehe gerade, dass meine Maus gar nicht dahin zeigt, wo ich klicke. Das ist für mich voll witzig. Dann mache ich das wieder so rein. Dann ist wieder die Maus richtig da. Also bleibe ich in dieses Bild. Vielleicht haben wir 250 den Skorpion frei. Dann klicken wir da mal drauf. Schauen was dann passiert. Vielleicht mache ich ja dann noch mehr Schaden. Die haben wir schon ein paar mal gehabt hier. Oh, Gandalf. Hm. Was ist das hier? Ein Shop? Hm. Was ist das da oben? Level 2. Level 1. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Level 2 und Level 1? Andere Zombies? Auf jeden Fall hier bei Level 2. Braucht man da immer 26 Leben abzuziehen? Warum muss man 26 Leben abzuziehen? Oh, Level 3. Bekomme ich da jetzt auch mehr Zähne für? Okay. Oh, den haben wir noch nicht gehabt. Glaube ich. Ich habe schon so viel Zombies hier gehabt. Die können mir gar nicht alle merken. Bits, 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 bits. Oh, die sieht auch gut aus. Ne, der nicht so. Level 4. 71. Kann man da auch sterben? DPS ist 5. Blade Damage ist 2. Okay, ich mache ca. 5 Schaden in einer Sekunde. Und mein Schwert macht 2 Schaden. Oh, da. Zack. Gekauft. Schwert macht immer noch 2 Schaden. Mein DPS ist allerdings jetzt 28 in einer Sekunde. Guck mal, geht es bei denen ja jetzt ganz schnell. Zack, zack, zack. Und bei denen auch. Level 5. Oh, weia. Viel Szene kriege ich da. Ich habe 48 jetzt. Ah. Es geht ganz schnell um den Finger. Ein Boss ist das. 48 sind. Oh. Die gibt es ja mehrmals. Komm, wen haben wir noch schnell fertig hier? Sind das da? und da gehen wir mal in Level 6 rein und so Level 6 ich bin ja gespannt wie viel Level es davon gibt ich werde das jetzt sicher 15 Minuten machen also jetzt noch 5 Minuten ungefähr und dann vielleicht können wir ja noch den letzten hier unten frei den steche ich ja jetzt in dem Tallowarm oder was das da ist nehmen wir das Gesicht meinen ganzen in der rechten Brust rein da war mal unten da in der Zunge reinstechen da auf der Nase oder unter dem Auge den haben wir auch schon mal gehabt die haben wir auch schon mal gehabt glaube den noch nicht den haben wir schon einmal gehabt glaube ich war das den weiß ich jetzt nicht die haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt die beiden weiß ich nicht oh die nächste Stufe ist frei kriegen wir noch das nächste SonDev sag ich auch der Sound hier ist mal anders ich glaube nicht ne der Sound bleibt immer gleich noch 2 Sekunden dann ist die nächste Runde wahrscheinlich wenn es zu tun wird ist das nicht dass die 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 haben das die die Also hier unten ist das, mit den Levels. Oh, gleich haben wir den nächsten Mal gespielt. Schauen wir wie viel Scham wir da machen. Das schaffen wir noch. Go, 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 go. Ich glaube den haben wir. Ja. Und wie viel Scham machen wir jetzt? 103. Und da mal schauen wir mal. Kommt. Nächstes Level machen wir auch noch wieder frei. Zack, zack, zack. Zack. Und das nächste Level frei. Ich würde mal sagen, das spiele ich aber heute noch nicht. Jetzt machen wir beim nächsten Mal das Level 9. Ich schaue jetzt mal, wo ich mir jede Sekunde ein bisschen Points abholen kann. Okay, das kann ich jetzt ein bisschen laufen lassen. Sehr gut. Ich mache nochmal den Sound aus. So, das werde ich jetzt ein bisschen laufen lassen. Damit ich ein paar Knochen kriege. Damit ich vielleicht den nächsten nochmal freischalten kann. Obwohl, ich warte damit mit den Freischalten auch. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ich werde die hier wahrscheinlich ein bisschen aufleveln. So. Ach, jetzt mache ich mein Schwert in der Schaden. Und bei dem hier. Oh, jetzt ist der nicht mehr da. Naja, okay. Ich lasse jetzt das mal ein bisschen laufen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.